Hallo ihr Lieben! Wir sind in Offenbach an der Quaich beim Indoor-Spielplatz Tivoli. Wir sind jetzt in der Halle und hier kann man zum Beispiel Bro-Cut fahren. Das ist ziemlich cool. Das habe ich schon im Internet gesehen und tolle Fotos gibt es im Internet auch zu sehen. Die Strecke ist richtig schön. So, und da hinten, da gibt es einen Vulkan. So, Pauline will jetzt versuchen den Vulkan hochzukommen. Mal gucken ob sie es schafft. Das ist nicht so leicht. Ja, also ohne Rutsche-Socken glaube ich ist das sehr schwer. Nur mit Socken ist das wirklich nicht so leicht. Ne, leider. Ne, das muss sie üben. Kai probiert es jetzt mal. Aber das ist echt zu schwer. Ne, man rutscht da ab. Das ist so steil. Hier gibt es sogar so eine Höhle, da kann man rein. Richtig lustig. Und hier oben kann man so rumlaufen. Ja, hier gibt es so Teile mit denen man schießen kann. Man drückt da auch so einen Knopf drauf. Und dann kann man schießen. Ja, und hier können die sich gegenseitig beschießen. Auf der anderen Seite ist nämlich ein Piratenschiff. Die haben auch so Teile. Könnt ihr sich gegenseitig beschießen. Ja, hier kann man auch rumklettern. Oh mein Gott. Gibt es alle mit denen. Hoppala. Ne, hier gibt es auch die Klettersachen. Kann man hier entlang klettern, rüber zum Piratenschiff. Ja, da kann man auch aufschwingen. Na ja, hier hat man so ein Piratenschiff. Kann man innen drin rumspielen. Ja, da gibt es eine Putsche. Wow. Kommst runter, kommst runter. Oh yeah. So, hier gibt es Strampolin. Das ist ja sehr cool. Hier haben auch viele Kinder Platz. Und können springen. Hier wird man abgeschossen. Ja. Juhu. Woppy. Kopfstand. Kann ich? Nein. Ich kann wegwerden. Oh mein Gott. Pauline. Wow. Jetzt springen Kai und Pauline zusammen. macht richtige Saltos. Wow. Und man beachte, Kai hat McDonalds Socken an und Pauline hat McDonalds Socken an. Und hier ist so ein riesen Pudding. Pauline meint, da kommt man auch nicht hoch. Ist schwer auf jeden Fall. Woppy. Hier gibt es so einen riesen Kletterwald. Das ist auch sehr cool. Mal gucken. Pauline fickt sich einen zurecht. Wow. Genau. Haut drauf. Gib's ihm. Gib's ihm. Ja. Ja. Hier gibt es auch so einen Tisch, an dem man spielen kann. Von Euro. Jetzt rutschen die beiden hier. Muss man gerade gucken, wie das jetzt lang geht. Hier kommt man an. Wow. 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 Sehr gut. Wow. Das sind hier irgendwie so Rollen. Oder die rollt man drüber. Wow. 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 Hier kommt es auch draufsetzen. Hier kommt es auch draufsetzen. Hier gibt es einen Rumpf. einen Bus mit dem man fahren kann. So. Jetzt rutschen Kai und Pauline. Wow. Hier gibt es eine richtig lange grüne Rutsche. Aber scheinbar muss man da ein bisschen kleiner sein als der Kai. Aber Pauline kommt auch nicht so ran. Ja. Aber du stopfst mit den Füßen. Wieso stopfst du denn mit den Füßen? Okay. Wow. Ja. Siehst du, ohne Füße geht es besser. So. Es gibt es ja auch fast überall. Das macht Pauline immer sehr viel Spaß. Wupp wupp. Hier kann man auch Geburtstag feiern. Das ist eigentlich auch ganz cool hier. Es gibt auch einen abgetrennten Kleinkindbereich. Extra für die ganz Kleinen. Mit Rutsche. Sehr gut. Wupp. Oh ja. Das ist ein schönes Spielzeug. Das macht Spaß. Ja das ist echt cool. Für die kleinen Kinder gibt es ja auch so einen Kletterbereich, ein kleiner Kletterwald. Das ist echt cool. Dieses Teil hier gibt es auch bei Ole Ole. Da haben wir uns dran erinnert. Das ist ziemlich cool. Und Gas geben. Stopp. 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 Ja er müsste wahrscheinlich auf einer Seite stehen und dann dreht sich das. und dann nach oben wieder. Da oben. Und dann nach oben wieder. Da oben. Ja und dann drauf springen. Wow. Pauline hat den Drehrurm. Jetzt wird Ballett gemacht. Schön Ballett tanzen. Jetzt probieren sie doch mal hier drauf zu kommen, aber das ist schwer glaube ich. Das ist richtig schön hier. Hier gibt es auch noch so Spielgeräte. Kann man was ziehen zum Beispiel. Hier gibt es eine Übung. Lolli Maschine. Ah lecker. Lauter Süßigkeiten. Wow. Hier gibt es auch noch solche Teile. Oh ohne Ende. Dann kannst du echt arm werden wenn du das alles kaufst. Und hier gibt es einen Massagesessel für die Erwachsenen. Schließfächer. Oh Pauline hat es geschafft da hoch zu kommen. Wahnsinn. Ja gleich fällst du runter oder? Hier kann man übrigens auch schön sitzen. Wir haben jetzt das Essen bestellt. Also die Halle ist wirklich sehr schön und die vordere Halle auch. Aber die hintere Halle finde ich noch schöner. Die ist auch ein bisschen ruhiger. Wobei es überall laut ist. Das bekommt man wenn man ein Essensgeld hat. Hallo. Ist mein Essen schon fertig? Ja. Das ist mein neues Handy. Hahaha. Hast du auch guten Empfang. Ja. Also mein Bildschirm funktioniert. Okay. Gibt es da auch Spiele drauf? Ja. Die. 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 Man muss dem Hai ins Gesicht passen. Aha. Okay. So. Wir haben uns was zu essen geholt. Die Preise hier finde ich auch ganz okay. Pauline hat jetzt Schläppchen. Jetzt schafft sie das auch bis da oben hin. Und der Kai versucht es auch. Hahaha. Aber das ist schwer. Ja. Pauline ist angekommen. Sehr gut. Und einmal rutschen. Hahaha. Von oben runter. Wow. Hahaha. Hahaha. Wow. Ja. Voll cool. Ja. Und gleich ist denn da hinten der Kairoft. Macht Spaß oder? Macht Spaß. Hahaha. Hey. Hahaha. Oh. Achtung. Hahaha. Hahaha. Wir hatten einen tollen Tag im Tibolin Park. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.